Moin moin und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Abplax Thäl. Und wenn man genau hinguckt, könnt ihr sehen, wir befinden uns immer noch auf der Insel und müssen in Richtung des Herzens der Ruin kommen. Ich weiß noch nicht genau wie wir es machen. Ich glaube, wir werden es mit ihren Blinzeln-Kram machen. So, gucken wir da mal durch. Entschuldigung. Das sind auch schon echt viele von diesen verteidenden Ratten. Oder? Und wieder das nächste Licht. So. Aber versuchen wir. Nein, die sind gestorben, wie man sieht. Da kann ich aufhören. Und aufhören. Ich glaube, ich kann einmal da drüben das Feuer anmachen. Nein. Was tun wir das denn? Was wollen wir denn? Ja. Ja, wir sind ja eigentlich schon da für die Lichtbahn. Machen Sie Weg frei, Sophia. Bleibt bei mir. Abplax in meiner Nähe. Hallo. Oh, perfekt. Perfekter Übergang. Was ist denn da runter? Gibt es ja noch irgendwo mehr Licht? Schafft wir es doch runter. Wir müssen es doch runter schaffen. Vorsicht. Es ist kaum noch hell genug für meinen Prisod. Ah, okay. Warte. Hm. Mal kurz zurückgehen. Müssen wir das kleine Ding da machen. Warte mal. Hier ist erstmal so ein... Das Ding hier machen wir nochmal auf. Das ging wohl hin, ne? Ja. Okay, dann machen wir hier vorne ein kleines Feuerchen. Mach uns den Weg frei, Sophia. Bleib bloß alle im Licht. Brennt natürlich nicht lange. Müssen wir ein bisschen... Müssen wir ein bisschen beilen. Fahrst du uns den Weg, Sophia? Bleib in meiner Nähe. Ja. Bleiben wir hier auf. So. Zack. Du kannst aufhören. Geht klar. Dann haben wir hier aufmachen. Es ist schon... gar nicht so einfach, ne? Mal gucken, ob wir hier noch ein bisschen was machen können. Ein bisschen Feuer können wir machen. Okay. Mach uns den Weg frei, Sophia. Bleib bloß alle im Licht. Dass sie mit diesem Prisma von einem Feuer aus das so extrem machen kann. Das ist doch utopisch. Das wird nicht so jemals klappen, aber... Sophia, warne uns den Weg. Wir werden euch helfen. Nein! Schlafen Sie! Bitte! Aber die können wir nicht mehr helfen. Warum? Ich hasse euch! Euch alle! Es ist vorbei. Weg hier! Kommt! Das wird aufmachen. Es ist zu spät. Alles ist unnötig. Ein Bolzen haben wir bekommen. Auch nicht schlecht. So. Gucken wir mal, ob wir hier durchkommen. Auch hier ist eine Tür. Okay. Lass uns einfach in die Tür reingehen, wenn es geht. Ein Balken. Sieht schwer aus. Wir müssen ihn bewegen. Aber von... von eurer Seite. Hm. Also ich glaube... Man kann da... Hier waren wir ja schon mal, glaube ich, ne? Obwohl das fest war. Wir waren da ja schon drin. Also müssen wir nicht nochmal da rein. Behaupte ich mal. Lass uns mal den Wagen nehmen hier. Okay. Können wir den nicht schieben? Doch. Ach, der Balken davor. Okay. Den habe ich nicht gesehen. Der sieht schwer aus. Aber den können wir doch vielleicht... Hm. Wie kriegen wir den Balken denn weg? Ist der irgendwo? Oh, oh. Oh, schief jetzt. Ja. Wir müssen da hin. Um den Balken. Okay. Gut. Das heißt, du musst uns einmal den Licht bahnen, die Sophia. Bleib in meiner Nähe. Ah, ne, warte mal. Ich muss das anders sagen. Pass auf. Hey, lass gut sein. Das ist richtig. Aber wir brauchen auch den Bolzen. Denn wir brauchen Licht. Für da. Jetzt. Wir brauchen jetzt echt alle Fähigkeiten, muss man nutzen hier fast. Mach uns den Weg frei, Sophia. Lass es. So. Von hier aus. Ja. Und ziehen. Boah. Wir haben gerade mal geschafft. Okay, aber jetzt können wir das nicht auch weiter steuern, oder? Also weiter schieben? Weiß das nicht. Da sind eigentlich nur Steine im Weg und hier sind die... Das ist nicht das Viech im Weg. Das heißt... Das ist nur eine Wegkrente, ne? Mal gucken. Frage, welchen Weg wir gehen. Wo kommen wir denn hin? Die Frage, ne? Ja. Mal hier links fahren. Oh, hier können wir durch. Aber das ist alles so alt. Er ist schon lange tot. Etwas wird übrig sein. Etwas, das dich retten will. Vielleicht. Die ist schon echt cool, die Sophia. Das stimmt, Überlebende. Der Alas ist wie eine Festung. Stimmt. Es ist die Pflicht des Grafen, seinem Volk Schütz zu gewähren. Ja. Er ist ein Ritter. Achso, hier geht's nicht weiter. Über diese Blumenkranz können wir nicht rüberkommen. Das ist klar. Das wäre ja noch schöner. Okay. Nochmal. Mach uns den Weg frei, Sophia. Bleibt bei mir. Sophia, warne uns den Weg. Bleibt in meiner Nähe. Hat vielleicht bloß alle im Licht. Okay. Easy peasy geschafft. Ja. Ja, da geht ja easy peasy, ne? Du kannst aufhören. Geht klar. Die Sachen rausholen hier? Und bitte weiter den Licht für uns sparen. Sophia, warne uns den Weg. Bleibt in meiner Nähe. Obwohl, wir müssen erst das Ding anmachen. Warte mal. Wir haben noch nicht gesehen. Hey, lass gut sein. Natürlich. Okay, jetzt aber. Mach uns den Weg frei, Sophia. Bleibt bloß alle im Licht. Fahrnst du uns den Weg, Sophia? Bleibt bei mir. Bleibt nur alle im Licht. Mach uns den Weg frei, Sophia. Bleibt in meiner Nähe. Lass es. Na gut. Können wir hier raufklappen? Schnell. Hoch. Ab nach oben. Das schaffen wir. Sicher? Ja. Wie gesund. Wir sind da. Endlich. Verdammt dunkel hier, oder? Wirklich verdammt dunkel. Wo versteckt man den wertvollsten... Gibt es hier eigentlich so eine Option irgendwie? Ich glaube, immer hat er noch ein bisschen was merkwürdiges an hier. Ich schaue mal ganz kurz. HDR-Option. Und? Vertikalibere. Und weg aufhören, oder? Ja. Das ist süß da. Er muss da unten. Die Karte könnte der Eingang sein. Machen wir sie kaputt? Ich schätze schon. Diese Insel war für mich immer nur ein Punkt auf der Karte. Tja. Wir wussten ja nicht mal, dass es sie gibt. Was sollen wir denn machen jetzt hier? Was könnten wir hier? Irgendwas entdecken? Aber anscheinend nicht. Wir müssen also irgendwie... Wir müssen noch nicht sagen. Wir müssen auch nicht reden, oder? Wir müssen noch nicht sehen. Wir müssen uns beimlegen. Wir müssen noch nicht! Wir müssen auch nicht mitnehmen. Okay. Okay. Ja, sind wir hier? Nee. Das ist dann Mercury. Okay. Wenn du hier hast, was du? Nee. Ja, okay. Was ist hier? hier vielleicht testen wir mal ok, so kommen wir rauf rein ok perfekt eigentlich uns ein durchgang er wurde versiegelt versiegelt gegen was sehen wir nach das ist es kommt es ist zu dunkel die dunkelheit fürchtet sich auch vor dir etwas licht und sie ist weg kommen wir finden das licht sophia ist ja wirklich sehr nett aber auch wirklich so nett ist man weiß es nicht wir können ja mal kann ich schon etwas bauen hier aber so viel wechseln uns gar nicht was ich sehe ist für uns eher materialien das geht ganz schön tief runter es wird dunkler ich mache licht ja bitte das sieht aber schon cool aus ziemlich cool oder da auf dem boden wieder das symbol des ordens hier sind wir richtig das ist schon lange weg gehen wir weiter ok hätten wir noch eine kiste gesehen hier aufmachen alkohol gut gehen wir weiter hier war noch eine explosion das tor ist zerstört das war bestimmt sie elia sie entkam aus der kapelle sie hat all das zerstört sie wollte basilius zurückholen und hat sich den weg freigekämpft wir sind ihr auf der spur wir gehen da durch na klar gehen wir aber durch ich fühle mich durch kleine lücken gehen wir gerne noch tiefer hoffentlich kommen wir hier auf die spur werden wir sehen ok hier geht es runter alter sie war aber schnell hinter uns her mein gott sie hat hier alles komplett auf den kopf gestellt sie hatte angst um basilius aus gutem grund die frage warum hier auf einmal die ganze auch wieder feuer ist ist das oben mit verbunden oder was ist das hier anscheinend ich glaube dass es quatsch ist aber egal so also mal hier ok haben schon alle genug lass mal da rein marschieren werden sie aufklicken ok diese tanks sie enthielten griechisches feuer ist das nicht eine waffe nicht zwingend sie haben damit wohl das licht am leben gehalten eins ist noch versiegelt meinst du es könnte explodieren in so einem tank sicher versuchen wir es an der tür na klar frag mal das kleine festchen da glaub ich und los entdeckung amicia du übernimmst die zündung sind wir weit genug weg ja einfach den kopf unten lassen wow 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 hat geklappt hat wirklich geklappt siehst du sie halten los alles wird gut so eine kiste immer schön voll machen man weiß nicht was man uns gebrauchen kann ein bolzen kann man immer gebrauchen was war denn dahinter ok jetzt soll man wahrscheinlich die luft sprengen das machen wir jetzt aber noch nicht oder beziehungsweise können wir rausholen das ist erstmal hier ist auch ein kleiner weg da durch obwohl vielleicht auch nicht weil das sieht aus wie ein komplett anderer weg ah kann man hier schießen pass auf gut aber da ist ja auch noch so ein ding kannst du auch in die luft jagen? ob wir sollen oder nicht ist auch egal mach es einfach nicht zu fassen sieh mal hier sind vögel? ja höhlenvögel das heißt wir sind hier nicht allein und er ist auch nicht allein genau gehen wir weiter und vielleicht sehen wir ihn ja falls er nicht zu viel angst hat ja ist noch irgendwas materialien so ganz kurz mal gucken bei der werkbank schon obwohl wir können nichts machen ne das bauen kann ich hier nicht ne ja da fehlt uns noch immer ein bisschen ein material das geht ja schon noch die Tür war aufgesprengt Tote Menschen wahrscheinlich die Ordenswache wir haben Elias Spur wieder gefunden sie machte keine Gefangenen sie haben sie dazu getrieben hier haben wir ein Messer das ist schon mal gut sie stürzte wohl hinter ihr ein wie kommen wir da durch? ich weiß schon wie ähm diesen Wagen da oben sie kam nur hier vorbei da der Wagen ist auch mit griechischem Feuer ausgestattet oh das sieht gefährlich aus warte mal erstmal drehen hier dran hier eine Kurbel na los sie öffnet das Fallgitar da der Wagen rollt gleich los na dann warte mal mach du das mal ich brauche Hilfe Sophia so gut wie erledigt und los geht's ist offen glaube ich weißt du langsam sehe ich sie in dir Elia ja weil ich genauso verzweifelt bin weil du nicht aufgibst ach ja wow wie ist das möglich was ist das hier das Tor da wird es uns verraten wow das lass uns mal angucken beim nächsten Mal vielen Dank fürs zuschauen und bis dahin tschüss bis zum bei der mit wie Bis zum nächsten Mal.